Herzlich Willkommen zurück zu Norden von GameManHunt2 und ich würde sagen, wir machen wieder weiter mit der Story. Michael hat gesagt, dass sie mit meinem Kopf schlafen. Ok, nächstes Level. Jetzt haben wir nachher Volvo. Ok, erst zu. Dann den Vorschlag haben wir. Ok, jetzt können wir hier die Tür aufmachen, also das Schloss entfernen. Ok, dann gehen wir mal nach oben, wie ich sagen. Ok, der Siegergegner, so der Kraftensieger nicht rum. Ok, dann gehen wir mal nach oben. Oh fuck. Oh fuck. Du willst das, huh? Gerne, kommt schon mal her, das ist gut. Hey, ich glaube, ich habe etwas. Oh jeez, dieser Mann kann gehen. Komm schon her, Mann. Komm schon her, Mann. Wir können doch einfach beide erschießen. Nicht schlecht, aber es gibt noch viel mehr. Jetzt hat es aber Headshots. Oh fuck, da kommen noch welche. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn nicht mehr, Dr. Lamb. Schau dich jetzt. Wo schießt denn der hin? Komm schon, darf ich den so holen? Mach dir hin, Psycho. Mach dir hin, Psycho. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. ok alle vier tos, da ist echt was zum heilen ich hätte den ganz gerne exekutiert eigentlich ok wir haben auch was zum heilen aber das bauen wir jetzt eh nicht ah scheiße obwohl er weiter hinten auch schauten gewesen ok einer kommt hierher, der hat jetzt die leiche glaube ich gesehen einer kommt zu mir die 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 Ich habe sogar eine Schott gerannt. Ich muss wirklich irgendwie schießen, weil ich sehe mich mal sofort. Okay, jetzt kann ich schon die Shotgun von dem anderen mitnehmen. Also statt dem Hammer, okay. Okay, das ist sonst eh nichts mehr. Okay, warte, wir haben fünf Schutze über das Shotgun. Oh, fuck. Alter. Ja, ich lasse den wir mal beheben. Okay, am checkpoint geht es an, dann speichern wir mal ganz schnell. Okay, das haben wir nicht gesehen. Okay. 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 Ich bin eine Heldschuld. Und noch einer. Ah, der ist eh schon tot. Okay. Also geht's weiter runter. Okay, sonst ist eh nichts mehr. Warte, wir können da noch einen schon. Auf zum Heilen, das ist gut. Oh, 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 das ist gut. Warte, kann ich eben in den Execution machen? Oh, das ist gut. Ich glaube, ich habe jetzt keine Reils zu können. Oh, das ist gut. 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 I'm so lucky, dude. Ridicul. Und jetzt war ich noch da. Ich glaube, wir haben auch beide nur Shotgun. Der ist auch tot. Die ganze Emotation haben wir schon mitgenommen, was da aber noch ist. Bis die wirklich voll ist. Aber jetzt. Sonst ist da ja nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Okay, sowas ist ein ziemlich cooles Level. Wir haben wieder 3 von 5 Style Points. Okay, einen haben wir exekutiert, bei der Wending Machine. Und 18 insgesamt haben wir getötet. Okay, dann wir sagen, wir machen noch direkt weiter mit dem nächsten Level. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass du zu viel von uns, Danny. Von dir selbst. Was bedeutet Psycho? Es bedeutet einfach jemanden, der sich anders denkt. Kannst du nicht sehen, dass du deine Familie erstellen musst? Ich bin sie erstellen. Wenn das alles funktioniert, werden wir für unsere Groß-Grandschulden geben. Das ist so wrong mit dem Projekt, Danny. Sie sind überall. Danny, was ist falsch? Du kannst jetzt aufwachen, Daniel. Ich sage, aufwachen! Judy! Ich glaube nicht, diese Sache. Danny, das ist verrückt. Sie ist kein Problem mit uns. Sie weiß mehr als sie sagen. Ich muss sie mit ihr sprechen. Kann ich dir helfen? Ich schaue Judy. Um... Warte mal. Ich werde es schauen, um zu sehen. Warte hier. Hey, buddy. Don't go snooping, alright? Why don't you stay where I can see you, tough guy? There's a guy here asking for Judy. Glasses. 10 minutes? No problem, sir. We'll keep him entertained. Oh, okay. Das ist aber schon knapp jetzt. Und tot. Okay, wir zählen den Base-Verschläger. Warte, was ist da? Okay, ein Stift wieder. Okay, oben ist auf jeden Fall schon wieder ein Gegner. Ah, fuck. Da kommt es hier her? Noch nichts? Oh, fuck. Da kommt es hier her? Noch nichts? Oh, fuck. Da kommt es hier her? Ich bin nicht davon zurück. Er geht durch herum. Das ist dieses Platz. Das ist dieses Platz nicht zu sehen. Ich bin bis heute nicht gesehen. Oh, fuck. Ha ha, you're scared of me, ain'tcha? Ha ha ha, scared. Boah, zähl's wiederum, das gibt's ja nichts. Alter. Alter, das gibt's doch jetzt nichts. Alter, das ist dein Weg. F***, ich lasse die anderen mit ihm. Wir können noch nicht resten, das Böden hat gerade angefangen. Warte, wir können da gleich beim Spinken rein schauen. Da ist nichts drin. Da aber ne Dose. Okay, da ist wieder einer. Warte, da gibt's wieder ne Environmental Execution. Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020